Heldburg Heldburg, im südlichsten Zipfel unseres Landes. Ein Stück Heimat, ein besonderes Grenzland. Realität seit über 35 Jahren. Da drüben ist Bayern, regiert von einem gewissen Franz Josef. Wir brauchen diese Grenze, auch deshalb. Es muss Frieden bleiben. Alltag im Heldburger Ländle Guten Morgen. Na, was bringt euch Schönes? Jede Menge Pakete. Jede Menge Pakete, ja. Erstmal die Briefposte in Kiege nehmen. Alles schön gelegt, wie immer. Das ist fein. Können wir gleich dann wieder stempeln. Wir haben also wirklich, kann man mit Fug und Recht sagen, eine große Gemeinsamkeit. Im persönlichen Leben, sowohl in Durchführung unserer verantwortlichen Aufgaben. Was richtig ist, muss richtig bleiben. Auf den Standpunkt stehe ich. Man kann nicht einfach denken, ach, das tust du jetzt einmal so managen. Das geht nicht. Was recht ist, muss recht bleiben. Also in erster Linie sichert die Staatsgrenze die Grenztruppe. Aber ohne die Grenzbevölkerung, ohne die vielen freiwilligen Helfer der Grenztruppe, ohne das Zusammenwirken mit den Kräften der deutschen Volkspolizei, ohne die Hilfe und Unterstützung der örtlichen Organe, der Partei, werden wir also nicht in der Lage, alleine die Staatsgrenze zuverlässig zu sichern. Also manche hätte vielleicht den Eindruck, dass sich in so einem Gebiet, das vielleicht so abgegrenzt ist, etwas, sich nicht vollziehen würde. Na, das spürt man in jeder Hinsicht, dass die Bevölkerung gegenüber der Grenztruppe und auch der VB sehr offen und sehr hilfsbereit ist. Kompanie Stilgestand zur Lage. Mit verstärkter gegnerischer Tätigkeit ist im gesamten Bereich zu rechnen. Ich befehle, die Kompanie eingesetzt im Abschnitt mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche und Provokation auf das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik nicht zuzulassen. Major Sauerbier, Kompanie-Chef, Grenzer seit 1958. Immer vor Dienstantritt, Vergatterung. Die hohe Verantwortung für die Sicherheit unserer Grenze täglich neu bewusst werden lassen, das ist ihr Sinn. Der Vorgesetzte muss ein gutes Verhältnis zu seinen Unterstellten haben. Hat er das nicht, ist er nicht in der Lage, unter allen Bedingungen die Staatskänze zu sichern. Und das Verhältnis schafft er sich nur, indem er also den Unterstellten als Soldaten und als Menschen betrachtet. Er muss also für die kleinen Probleme der Unterstellten ein offenes Ohr haben. Im Abschnitt gilt offenes Ohr allein der Pflichterfüllung. Genosse Kiso, früher Grenzer, heute Zivilbeschäftigter in der Kompanie, bekennt sich. Von der Überzeugung aus und von den Gewohnheiten, was man sich 27 Jahre angewohnt hat, und das steckt dann noch drinnen, ist man nach wie vor noch Grenzer. Wenn man auch nicht in Uniform, aber im Gedanken und auch die Reaktion auf bestimmte Dinge, schaltet man sofort zurück zu den Zeiten, wo man auf Uniform gestanden hat. Bei der Jugend sieht man das auch. Meine Enkel, zwei, der Junge ist sechs Jahre, das Mädchen wird morgen drei Jahre. Wenn ich mit denen spazieren gehe durch die Ortschaft und fährt ein Grenzauto vorbei, das ist das Erste, bleiben die Kinder stehen und winken den Grenzer zu. Und das ist auch für die Soldaten eine Freude. Wenn die sehen, dass die jungen Kinder, die Jugendlichen, also ein bestimmtes Gefühl haben, sie wurden hingezogen, fühlen zu den Soldaten. Und wehe dem, es winkt der Soldat nicht. Da sagt er dann, Papa oder Opa, die haben mich wohl nicht gesehen. Ich sage, der hat vielleicht keine Zeit, als Kraftfahrer kann er nicht winken, muss nach vorne gucken. Also das ist sehr, sehr, mich bewegt das immer so sehr, wenn ich das sehe. Die Kinder dort so sich freuen, wenn die Soldaten vorbeifahren, die Winkel verweiten schon hier, siehst du, da sind die Grenzen wieder. Es sind viele, die nicht mit ausrücken, die ihrs tun an anderer Stelle. In vorderster Linie die Grenzer. Melden Sie. In der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr, Anfahrt von 3-1 VW-Bus BGS aus Richtung Höhe 311 zur Anfahrstelle Gemeindeholz, führen dort normale Beobachtungen durch, setzen sich dank dieser Zeit in Richtung Höhe 311 wieder an. ZDB-Meldung. Meldung empfangen. Beobachten Sie weiter in Höhe 311. Richtig, Herr. Der Auftrag hier ist also in erster Linie die Sicherung, zuverlässige Sicherung der Staatsgrenze unter allen Lagerbedingungen und es muss doch also nicht so aussehen, dass sich hier in diese Richtung bei der Sicherung der Staatsgrenze Routine einschleicht, da Routine ein gefährlicher Feind bei der Sicherung der Staatsgrenze ist. Wenn Genosse Sauerbier vor Routine warnt, weiß er natürlich, dass zum perfekten Erfüllen der Aufgaben ein gut Stück Routine nötig ist. In Entscheidungssituationen kann man keine langwierigen Debatten führen, weder mit anderen, geschweige mit sich selbst. Von unserer Heimat keinen Fußbreitboden für Provokateure. Kein Hektar darf unbestellt bleiben. Ja, geht mal in Ordnung, wo arbeiten Sie da heute? Ja, an den Langenberg hinten links, ganz hinten in den Eck. Ganz oben links. Ja, ist gut, geht in Ordnung, sagt Bescheid, dann können Sie durchhandeln. Ja. Sie stellen sich dieser Aufgabe. Nehmen Sie an. Der LPG-Vorsitzende Genosse Wiegand, geschätzter Fachmann in der Landwirtschaft. Walter Götz, Mechanisator, Brigadier. Ein jeder Kollege von mir in der Brigade genau die Arbeit verrichte wie ich und ich werde auch von uns, von Vorsitzenden verlangen, dass wir eine einwandfrei Arbeit durchführen. Und wenn man das von mir verlangen kann, lasse ich abends noch, also nach ein paar Stunden Dienst machen für eine freiwillige Helfer der Grenztruppen und da kann ich es auch von meinen anderen Kollegen verlangen. Wir schätzen den Bewusstseinsstand unserer Bäuerinnen und Bauern sehr hoch ein, gerade hier bei uns im Grenzgebiet. Und was hier wir von Walter sagen können, unterstreicht das noch einmal, dass das eben, naja, ich muss sagen, ein gewisser Punkt aufs I ist. Dass wir nicht nur darüber reden, unseren Beitrag zu leisten für die Sicherung der Produktionsaufgaben und für Grenzsicherung, sondern auch aktiv unterstützen, aktiv mitarbeiten und ich muss schon auch sagen, der Walter ist einer unserer bewährten Mechanisatoren und so viel ich weiß, auch ein bewährter Grenzhelfer. Das ist also auf jeden Fall richtig so. Ich sage ja, die Arbeiten nimmt uns ja keiner ab, nicht? Und die müssen wir auch durchführen, auch wenn es schwierig ist. Es ist genau wie die Grenztruppen der Kontakt. Da muss er auch zur Grenzbevölkerung, zur Kompanie, also da muss aufrechterhalten bleiben, weil wir ja als freiwillig helbende Grenztruppen die Person in unserem Bereich jeden bekannt ist. Und wir sofort, von Häcksler, weil wir ja ziemlich hoch sitzen, gleich jede fremde Person, die sich im unteren Arbeitsbereich bewegt, auch wir das, glaube ich, sofort erkennen. Ja, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir gemeinsam mit unseren Grenztruppen diese Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion zu lösen haben. Wir haben einen beträchtlichen Anteil unserer Nutzfläche im Schutzstreifen und das unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht, das ist ganz klar, das sehen wir ein, das sehen auch die Grenztruppen ein. Und dann kann es an und für sich nur ein Miteinander geben. Walter, Bauer, Kumpel, Grenzhelfer seit über 20 Jahren. Einer von denen, die das Miteinander organisieren, in Bewegung halten, der ehemalige Grenzergenosse Fiedler, Bürgermeister und Grenzhelfer. Oder umgekehrt. Das lässt sich nicht trennen. Der Feierabend sieht ihn oft unterwegs. Ausgehend von der Aufgabenstellung des Kompaniechefs in dem Monat November geht es heute in unserer Beratung festzulegen, die Aufgaben für jeden einzelnen Freiwilligenhinter zu Grenztruppen. Viele Bürger im Grenzgebiet nutzen ihr Recht, erfüllen ihre Pflicht, die Sicherheit unseres, ihres Landes zu bewahren. Die Wachsamkeit aus unserem Territorium herzustellen. Dabei beten Unterstützung aller Bürger, die Fahrt der Grenzsicherung, vor allem mit Schutzstreifen, in Vordergrund unserer Tätigkeit zu stellen. Wir brauen im alten Brauhaus, wie zu Urgroßvaters Zeiten. Lebendige Tradition. Mit dabei Bürgermeister Fiedler. Diese Aktivität steht nicht unbedingt in seinem Funktionsplan. Spaß muss sein. Bier muss sein. Aber Dienst ist immer. Tag und Nacht. Sommer und Winter. Bei 30 Grad im Schatten. Bei Regen. Eben Dienst mit all seinen Anforderungen. Auf jeden Fall in jeder Lage ausgeglichen sein. Nicht hektisch reagieren. Man muss ja mit allem rechnen. Sollte doch mal, dass es zu einer Lage kommt, darf man nicht irgendwie hektisch reagieren. Es könnte böse Folgen haben. Sie kennen die Gefährlichkeit Ihres Gegners. Postenführer, Gefreiter Manfred Heidegger. Postenführer, Gefreiter Michael Wagner. Das leibliche Wohl wird nicht vergessen. Postenbrote. Im Abschnitt gibt es keine Imbissstube. Aber was ist entscheidend? Es soll so sein, und so ist es auch bei uns in der Grenzkompanie, dass es das Miteinander, das Zusammenwirken, das ist wichtig. Es darf zum Beispiel nicht so sein, dass Streitereien auftreten oder Unstimmigkeiten. Auf jeden Fall ist wichtig, dass eine Zusammenarbeit da ist, dass man sich untereinander versteht. Wie eine große Familie, will ich mal sagen. Draußen sind die Posten auf sich gestellt. Sie tragen Verantwortung und eine Waffe. Scharfe Munition. Und doch sind sie nicht allein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen sind im Dienst und haben Arbeiten abzusichern, im Schutzstreiten. Na ja, da kommt man auch mit der Grenzbevölkerung mal ins Gespräch, zum Beispiel mit der LPG oder mit Forstarbeitern. Und da unterhält man sich auch mal so über dieses und jenes, wie es mit denen ihre Arbeit läuft, wie es bei uns im Dienst aussieht. Na ja, oder wenn wir jetzt mal im Ausgang sind, gehen wir auch mal in die Gaststätte ein Bier trinken. Na ja, da setzt man sich mit den Leuten mal an einen Tisch und unterhält sich mal. Das ist manchmal ganz lustig. Hier wird eine geschätzte Form des Miteinander praktiziert. Auch Dienst geht durch den Magen. Erstens fühlt man sich, als wenn es die eigenen Kinder sind. Und dann sind sie auch immer höflich und nett, hilfsbereit. Es gibt auch andere drunter, aber die sind selten auch nicht. Ja, das ist gut. So ist alles, das sind selten, das sind was. Aber sonst in großen Sachen. Da fällt mir es hier sehr gut. Also ich würde nicht wieder Arbeit hausen. Die ganze Atmosphäre. Da fällt mir sehr gut. Da wird mal eingeladen. Jetzt mal gleich seinen Stuhl. Komm her, trinkst mal einen mit. Wirklich. Dann laden sie einen auch direkt ein, mal abends zu kommen. Kommst du mal mit, dann gehst du ins Haus, in den Ausgang. Ja, also wirklich, ich bin sehr zufrieden. Eine Aufgabe unter vielen für Oberfähnrich und Hauptfeldwebel der Kompanie. Gesellschaftliche Arbeit ist für ihn als Berufssoldat eine normale Sache. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Patenschule. Erst einmal muss man sich sehr gründlich auf die Sache vorbereiten. Denn die Kinder stellen einem manchmal Fragen, auf die man gar nicht gefasst ist. Das verspürt man ja in eigenem Leib. Denn wenn man selbst vier Kinder großgezogen hat, zwei haben schon ausgelernt. Und der eine geht jetzt in den neunten, und der andere in den sechsten. Dann, auch die haben Fragen gehabt. Und Probleme. Und so geht man auch in die Arbeit mit den Kindern, die wir hier betreuen, heran. Damit, möchte ich sagen, nicht so ein steifes Verhältnis drin ist. Auch dort geht das nur Militärisch zu. Sondern die sollen ja dabei auch eine gewisse Freude daran haben. Genosse Lüß und die Soldaten brauchen die Fragen der Kinder nicht zu scheuen. Sie haben Antworten. Die Kinder sind stolz auf ihre Freunde. Ihre Schule trägt den Namen eines ermordeten Grenzers, Hauptmann Rudi Armstatt. Ihm zu ehren, dieser Lauf. Ja, ich möchte fast sagen, dass die Grenze gekommen ist. Das war, und dass die LBG gegründet worden ist. Das war für uns auch, zuerst waren wir schon nicht so zufrieden. Man hat gedacht, ich mach das gehen, ich mach das gehen. Aber heute stellt man doch fest, dass das sehr gut war. Warum? Wir haben ja früher mehr Arbeit. Sagt Rosa streng, der noch heute 72-jährig keine Arbeit zu viel wird. Acht bis neun Stunden arbeitet sie täglich. Mitglied der LBG, stellvertretende Gruppenleiterin einer Feldbaubrigade. Auch als Heimatdichterin ist sie bekannt. Weil ich schon schnell arbeite, sagen sie mir, wer hier ist. Die Leute sagen, ich will nicht mal sehen, wenn die Rosa nicht mehr in Ummerstadt ist, wie das weitergeht. Weil ich so viel allein mach. Ich mach den Kirchendienst, das werden sie ja nicht hören wollen. Und was noch? Und dem bleib ich treu. Und ich hab auch in der Gemeinde mitgearbeitet. Beim Bürgermeister. Geboren wurde Rosa streng drüben in Coburg, als es noch kein Drüben gab. Ihr Zuhause ist jetzt hier. Das ist freilich jetzt mein Zuhause. Ich hab ja 50 Jahre hier gelebt und gearbeitet und geschafft. Das ist jetzt mein Zuhause. Also für ganz möchte ich nicht wieder nübe. Wenn mir die Wahl gestellt würde, ich soll wieder ganz heimlich stetig ablehnen. Fühlen Sie sich ein bisschen auch mit der Republik, in der Sie jetzt leben, verbunden? Ja, noch freilich. Die hat ja auch für uns gesorgt und geschafft. Wie ich schon vorhin gesagt hab, wir bekämen den Rinden. Früher haben die alten keine Rinden gekriegt. Wir mussten die alten erhalten. Da hat kein Mensch Rinden gekriegt. Gut. 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 Norbert Pförtner ist nach seiner Dienstzeit als Grenzer hier hängen geblieben, wie man so sagt. Als Vorsitzender des Gemeindeverbandes geht im Heldburger Ländle kaum etwas ohne ihn. Es ist ja nicht bloß der Schutz oder die Ökonomie, sondern wir leben ja hier zusammen und wir müssen, oder wir stellen uns auch die Aufgabe, die jungen Menschen, die Grenzen sind die meisten jungen Menschen, dass sie auch hier angenehmes Leben in anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder wenn sie eben hier dienen haben. Wir gestalten gemeinsam Volksfeste, wir haben gemeinsame sportliche Veranstaltungen. Ja, die Grenzen sind sogar integrierte, die Sportmannschaften, die spielen zum Beispiel in Heldburg in der Fußballmannschaft, bitte um mal so einige Dinge zu nennen. Und wie heute hier waren wir zu Ehren des Jahres, da ist der Republik ein großes Volksfest auf. Nun, das wird auch gemeinsam gefeiert. Und die Grenzer feiern nicht nur mit, muss ich auch dazu sagen, sie sind auch unmittelbar beteiligt beim Aufbau, bei der Gestaltung, sie übernehmen Selbststände und so, dass wir also wirklich für gute, so schätze ich es zumindest, eine gemeinsame Aufgabe lösen. Die Grenzer werden zum Fest erwartet, sollte allerdings eine besondere Lage eintreten. Die Vorbereitungen lassen Großes an. Schwein muss man natürlich haben. Ein erster Schluck auf gutes Gelingen. So, water. 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 Es ist gut feiern, wenn man sich kennt. Sich versteht und gemeinsame Aufgaben hat. Alltag im Heldburger Ländle. Bestimmt von der Notwendigkeit einer sicheren Staatsgrenze. Das ist gut feiern, wenn man sich in der Notwendigkeit einer sicheren Staatsgrenze hat. Kärme! 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 Jetzt soll es leusten. Ja. Omerstadt, das ist der Gipfel in der Republik der unterste Zipfel. Es ist bei uns zwei richtig schön. Besser haben wir es gekriegt durch die LPG. Wenn man so durch die Straßen schaut, gar viele Häuser sind renoviert und ausgebaut. Das schöne Fachwerk von Haus zu Haus ist bekannt schon weit über unseren Kreis hinaus. Und Geld gibt es genug, das ist voll wahr. Da machen wir nicht mehr dran denken, wie es früher war. Wir fühlen uns hier wohlgeborgen und können schlafen ohne Sorgen. Denn wir werden bei Tag und Nacht von unseren Grenzen beschützt und bewacht. Überhaupt kann man sich unser Städtler ohne Grenzen nicht gedenken. Denn gar mancher hat hier schon sein Herz verschenkt. Wir haben doch auch einen schönen Mädel da. Und wenn die einen Mann kriegen, dann sind sie auch recht froh. Und für unsere Städtler ist es sehr gut. Es kommt doch rein, ein bisschen frisches Blut. Sind wir alle bei der Arbeit am richtigen Ort? Haben auch die Grenzen für uns? Stets ein freundliches Wort. So ist es gut, so soll es sein. Ein Miteinander soll uns alle vereinen. Na, hat sie das schön gemacht? Ja, schön hat sie es gemacht. Kriegt sie nur kurz oder nicht? Na ja, das war früher, Mann. Das war früher, Mann. Das kann man noch nie mehr an. Ja, schön. Ja, schön. Ich hab zurück. tolleри dir die